Der Bitcoin-Wert steigt, steigt und fällt und steigt. Im Großen und Ganzen Bitcoin-Jahr 2021. Zeit genug, sich in einem weiteren Video mal mit dem Thema Bitcoin auseinanderzusetzen. Heute aber nicht das Thema Bitcoin direkt, sondern die richtige Versteuerung eines Bitcoin-ETF. Was du dazu wissen musst und was du natürlich auch beachten solltest und wo es Fallen gibt, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf, Steuern spart, wer Steuern plant. Zuerst einmal, wer wissen will, was ETFs sind, wie das alles funktioniert, der schaut am besten mal bei Aktien mit Kopf vorbei, unseren Partnerkanal. Dort findet ihr alle Informationen rund um die Welt der ETFs, wie das funktioniert, was das ist und ja, wie man darin auch investieren kann. Im Bitcoin-Jahr 2021 ging es natürlich sehr steil nach oben, nicht jeder wollte aber natürlich hier direkt in eine Kryptowährung investieren. Kurz zusammengefasst, ein ETF ist immer ein Finanzprodukt, das auf einem bestimmten Index läuft. In dem Zusammenhang kann es zum Beispiel der Wert des Bitcoins sein oder ein Krypto-ETF kann es ja auch geben, der dann einen kompletten Korb von Kryptowährungen abbildet. In dem Zusammenhang ist es also ein Finanzprodukt, wo mehrere Kryptowährungen zusammengefasst worden sind oder eine Kryptowährung als Index verfolgt wird. Und in diesem Zusammenhang also du einen Blumenstrauß hast, könnte man so sagen. Das ist auch das beste Beispiel ja von iShares damals gewesen, wie erklärt man ETFs. ETFs unterliegen in Deutschland zuerst einmal der Kapitalertragssteuer. Das bedeutet natürlich in dem Zusammenhang, die Steuerbelastung beträgt hier 0 bis 25% plus Soli plus Kirchensteuer. Hier ganz wichtig, wenn du das natürlich bei einem deutschen Broker, also hier bei einem Broker im Inland hast, dann behält dieser automatisch auch hier dann die Kapitalertragssteuer ein. Und diese wird dann automatisch ans Finanzamt abgeführt. Wenn dein persönlicher Steuersatz unterhalb von 25% liegt, dann kannst du dir die Steuer entsprechend wieder erstatten lassen. Zahlst du mehr als 25% Steuern, zum Beispiel durch ein Gewerbe oder auch durch eine Haupttätigkeit, dann musst du aber trotzdem keine Steuern nachzahlen. In diesem Zusammenhang der wichtige Hinweis, beim Bitcoin ETF ist sowohl der Verkauf als auch alle Erträge, die daraus generiert werden, immer steuerpflichtig. Warum ist das so? In diesem Zusammenhang ist es ganz einfach so, dass hier die Kapitalertragssteuer greift. Die greift auf Veräußerungen, aber auch natürlich dann auf Ausschüttungen, Zinszahlungen oder ähnliches. Ein Punkt, der aber seit 2018 neu ist bei ETFs, ist, dass hier auch die sogenannte Vorabpauschale greift. Das heißt, hier wird vorab schon einmal ein gewisser Anteil an Steuern einbehalten. Das in dem Zusammenhang bedeutet also, auch wenn du hier keine Veräußerung tätigst oder auch keine Erträge daraus generierst, musst du schon hier vorab Steuern zahlen. Diese Vorabpauschale wird einbehalten. Ein Video zur Berechnung der Vorabpauschale werden wir bald auch noch hier nachlegen auf diesem YouTube-Channel, damit du weißt, wie du sowas genau durchrechnen kannst. Soviel auf Vorabpauschale wird hier fällig. Das ist hier eine Vorauszahlung auf die spätere Veräußerung. Das heißt, die Steuern hier, die du da vorab bezahlst, werden später angerechnet. Wichtig in dem Zusammenhang, auch im Bereich der ETFs ist es so, hier gilt der Sparerpauschbetrag von 801 Euro bzw. 1602 Euro bei Zusammenveranlagten. Hier auch natürlich der wichtige Hinweis, das gilt pro Jahr und nicht pro ETF oder pro Aktie. Das heißt, du kannst hier, wenn du höhere Kosten hast an Werbungskosten, diese nicht noch gelten, machen. Aber auch der Hinweis, dass eventuell ja Anschaffungs- oder Veräußerungskosten wie Ordergebühren werden dort schon mit einberechnet. Das also als kurzes Erklärvideo zum Thema, wie versteuere ich eigentlich mein Bitcoin-ETF richtig. Hast du weitere Fragen zum Thema Bitcoin-ETF oder Endys, dann ab damit unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.